Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der erste Sonnenaufgang im neuen Jahr. Heute ist der zweite Grad des ersten Monats wieder und in der ganzen Nacht wurde eifrigst, ja, was auch immer. Man hat unglaublich viel Flugaktivitäten vernommen. Also hier sehen wir doch Wolkengebilde, also die schauen jetzt nicht so künstlich aus, die schauen relativ echt aus. Schaut sogar recht schön aus. Wir hoffen seit Wochen auf Regen und wir haben eben wie jedes Jahr im Frühling die akute Frühjahrsdürre. Ich schaue mal einen Blick zu den Schwurbelkurbeln, ob die sich drehen, weil wir haben, wenn wir hier schauen, egal wo wir hinschauen, schauen wir mal dort im Vordergrund hin, weil das näher an den Schwurbelkurbeln heran ist und da sehen wir was? Windstille, also es bewegt sich wirklich nichts. Ich kann noch näher heranzummen. Okay, jetzt spüre ich einen ganz leisen Lufthauch von links, ganz leise. Und im Hintergrund sehen wir, gut, das ist etliche Kilometer weiter, dass dort tatsächlich ein leichter Wind wehen könnte. Aber so stark? Nein, das ist vollkommen ausgeschlossen. Vollkommen ausgeschlossen. Da müsste schon stark Wind wehen, so ambitioniert wie der Kurbel. Dann gibt es noch den Kollegen, ein zweiter. Wo ist der? Den finde ich jetzt nicht, aber ist egal. Hier im Hintergrund sehen wir noch zahlreiche andere Windräder. Aha, die drehen sich alle. Bemerkenswert. Ja, wie gesagt, Wunder geschehen und das ist eines dieser Wunder moderner Technik, Windräder ohne Wind. Das ist mal bemerkenswert. Ich hoffe auf einen schönen Tag. Gestern hatten wir einen schönen Tag und hoffen wir, dass dieses Jahr gut beginnen möge. Ich bedanke mich bei dir, dass wir gemeinsam um 22.22 gute Energie abgesendet haben. Mehr können wir im Moment nicht machen und können eben nur schauen, dass wir unsere Energie halbwegs halten, denn an Ereignissen wird es in diesem Jahr nicht mangeln. Gut, das wäre es weiter dann zu den Astro-Videos. Ende. 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 Ende.